Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und heute mit der Auflösung zu dem Gewinnspiel. Es tut mir auf jeden Fall jetzt schon mal leid, dass die jetzt erst so spät kommt, beziehungsweise später als geplant, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ich habe mir jetzt hier den Link aus dem Video kopiert, unter dem das Gewinnspiel stattgefunden hat. Füge ihn hier auf eine Random Comment Picker Website ein und wir haben hier 22 Kommentare. Eigentlich haben wir mehr darunter, das liegt aber daran, dass hier Duplikate rausgefiltert werden, das seht ihr hier unten und dass eben immer nur der obere Kommentar und nicht die Antworten gezählt werden. In den Antworten stand sowieso keiner mit Hashtag Frieden drin. Dann haben wir hier nochmal die Gewinneroption. Es wird ein Gewinner gezogen und es gibt eben nicht einen Mehrfachgewinner. Und hier unten würdet ihr sehen, wenn schon auf dieser Webseite, auf diesem Video irgendwo ein Winner gezogen worden wäre von mir, das ist es nicht. Und ich habe jetzt hier schon den Button offen und Brommelwirbel, es hat gewonnen Hamster Corona. Hamster Corona hat gewonnen mit dem Kommentar. Schöne Idee mit dem Hashtag Frieden. Würde mich freuen zu gewinnen und ja, tatsächlich, Du hast gewonnen. Wenn Du das Ganze hier siehst, kannst Du Dich ja auf den Social Medias von mir melden und mir schreiben, dass Du der Gewinner bist. Dann würde ich mir das gerne nochmal proofen lassen mit diesem YouTube-Kanal hier. Das ist Hamster Corona's YouTube-Kanal. Ist relativ leer, aber der besteht schon seit dem 31.03.2020. Deshalb sieht mir das Ganze hier relativ legit aus. Und es ist kein Kanal, der nur gemacht wurde, um unter meinem Video zu gewinnen oder die Gewinnchancen zu erhöhen oder ähnliches. Wie gesagt, Du kannst mir auf jeden Fall auf meinen Social Media schreiben und dann schicke ich Dir die Polybags zu. Ich habe jetzt hier einen kleinen Schnitt reingemacht, aber das ist ja nicht schlimm. Die eigentliche Auslösung ist ja schon gemacht. Ich möchte Euch nur nochmal zeigen, warum das Video später kommt und Euch das erklären. Ihr seht ja den Kommentar hier, unter dem ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass eben doch Leute bei mir kommentiert haben und das Gewinnspiel gewinnen wollten. Und ich habe diese Kommentare nicht gesehen und habe das auch in diesem Kommentar oben nochmal als Edit drunter geschrieben. Die ganzen Gewinnerkommentare wurden von YouTube rausgefiltert, weil sie dieses Hashtag Frieden als Spam angesehen haben. Und mein Spam war relativ voll mit irgendwelchen russischen und türkischen und ähnlichen Kommentaren, die da rausgefiltert wurden. Und da habe ich auch seit dem Start dieses Gewinnspiel irgendwie super viele, was ich nicht so wirklich verstehe. Da steht auch nicht Hashtag Frieden drin, sondern nur irgendwelche komischen Kombinationen von Buchstaben, die ich eben nicht lesen kann. Und teilweise noch Links auf irgendwelche Betrüger-Webseiten. Und unter diesen Kommentaren sind die Gewinnerkommentare leider untergegangen. Und es tut mir auf jeden Fall leid, dass ich deshalb das Gewinnspiel und die Auflösung hier einen Tag verspätet habe. Ihr habt jetzt an der Uhrzeit und an dem Datum gesehen, dass ich es wirklich so schnell es ging gemacht habe, nachdem ich in den Kommentaren darüber aufgeklärt wurde. Um das Ganze wieder gut zu machen, wird es in Zukunft nochmal eine Art Gewinnspiel geben, die ungefähr wie dieses hier aufgebaut ist. Dann weiß ich auch Bescheid, dass das eben auf diese Art und Weise schief gehen kann. Und dann mache ich es nächstes Mal besser. Verzeiht mir bitte, dass es diesmal so ein bisschen schief gegangen ist. Ich bin einfach noch relativ unerfahren mit solchen Sachen auf YouTube. Glückwunsch nochmal an dich, Hamster Corona. Und ich bedanke mich generell nochmal für die ganzen tollen Kommentare unter dem Video. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, auch wenn ihr vielleicht nicht gewonnen habt. Haut rein, euer Valleybrick.